Du willst ein neues Leben? Ich aber nicht. Ich möchte mein Altes zurückhaben. Eigentlich dürfte ich gar nicht da sein. Angefangen hat das alles mit den Fotos. Ich habe in meinem Safe brisantes Material. Ja. Ja, brisant genug, um einen bekannten Politiker im Misskredit zu bringen. Was haben Sie gegen Herrn Strache da? Mit dem, was der Anwalt gewusst hat, hat er nicht so weitermachen können am BBC. Ja, aber... Wer soll das sagen? Johann Gudenus? Unser Vize-Bürgermeister? Ja. Und über Gudenus? Kommandant Strache. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Anwalt, den ich sehr gut kenne. Der hat eine reiche Mandante. Einer russischen Oligarchin. Das ist Daniel Suskudenus. Frau Macaron. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wenn Sie das geplant hättest, so richtig, aber jeder hätte gesagt, das funktioniert nie. Disco, disco, party, party, ne? Kennen Sie das? Wenn man schon zu weit ist, um umzukehren, dann geht's nur noch nach vorn. Na endlich. Es gibt einen Grund, warum wir uns trafen haben. Wir sprechen hier vom österreichischen Vize-Kanzler. Hi. Die Leute müssen hören, wie der Strache tickt. Die Geschichte muss raus. Das ist doch Scheiße! Scheiße! Es geht ums große Ganze. Die beobachten! Die Salamir dran! Was ist? Nix ist. Wie nix ist? Es ist nix. Was soll das heißen? Es ist nix. Es ist nix. Wir haben nix. Gar nix. Das ist ein размерem Das war Mine. oudsgest. Das ist nicht schlimm. Die 장난 unter jedenratisch. Siegeln. Queensen.